Hallo, in diesem Video geht es um die Sopran-1-Stimme aus dem wunderschönen Sommerpsalm von Waldemar Orlen. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ich kann leider gar kein Schwedisch. Wir starten gleich von vorne. Eins, zwei. Gleich noch einmal bis da. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Nehmen wir das Ende einmal, der Fongra. Diese Stelle. Nochmal. Eins, zwei. Und einmal noch. An dieser Stelle teilen sich jetzt Sopran-1 und 2 das erste Mal. Der Sopran-1 geht so. Eins, zwei. Das machen wir gleich noch einmal. Jetzt spiele ich den Sopran-2 dazu. Eins, zwei. Dann starten wir noch einmal von vorne und ziehen das ganze Stück ohne Unterbrechung durch. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Musik. Eins, zwei. Amen. So, das war es von meiner Seite für heute erst einmal. Ich habe noch ein weiteres Video gemacht, in dem ich drei Strophen lang den kompletten Satz spiele mit allen Stimmen. Das Video verlinke ich euch hier einmal. Falls ihr eure Stimme noch weiter üben möchtet, könnt ihr das dort gerne tun. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das auch gerne. Dann bleibt mir jetzt nur noch euch einen wundervollen Abend zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!